Beim Bilden des unbestimmten Integrals muss die Produktintegration häufig mehrfach ausgeführt werden. Wir wollen uns deshalb einmal die beiden Grundfälle anschauen, eine Rechenmethodik vorstellen sowie Integrationsformeln für die wichtigsten Vertreter angeben. Unsere Regel für die Produktintegration dient ja dazu, dass wir aus unserem Produkt, welches hier im Integranten steht, ein neues Integral erhalten, wo dieses Produkt bestenfalls durch eine Umformung sich auflöst. Ja, mathematisch durch das Ableiten von u und wenn u' sich in der Komplexität vereinfacht, dann fällt hier die Integrationsvariable weg und wir können direkt eine Stammfunktion von diesem neuen Integral bilden. Das wäre die einfache Produktintegration. Häufig ist es aber der Fall, dass wir das nicht sofort so anwenden können, sondern wir müssen die Produktintegration mehrfach ausführen. Denn wir erhalten häufig immer noch ein Integral, wo hier ein Produkt erhalten bleibt. Das heißt, die Ableitung u' hat eine Integrationskonstante, zum Beispiel x und dann wird die Produktintegration nochmals ausgeführt, indem wir dieses Produkt wieder als uv' umdeuten und dann schauen, was passiert. Und da gibt es zwei ganz unterschiedliche Grundfälle. Der erste Fall ist, dass u' jedes Mal weniger komplex wird, also es verliert während des wiederholten Integrierens immer an Komplexität. Das führt dann dazu, dass sich dieses Produkt, was wir hier immer halten, irgendwann von selbst auflöst. Das heißt, wir bewegen uns hier in diesem Produktintegrativen Kreis und bewegen uns da so lange, bis der von selber stoppt. Und da spricht man auch von einer endlichen mehrfachen Produktintegration. Also das dauert, aber es ist absehbar. Und dann gibt es noch den grundsätzlichen Fall, dass wir die Komplexität, die wir hier haben, das u' da genauso in der Komplexität ist wie u. Also es wird nicht weniger komplex, das heißt, wir würden uns dann hier in diesem Kreis im Prinzip unendlich bewegen. Das wäre der zweite grundsätzliche Fall. Das wäre also die unendliche mehrfache Produktintegration. Und wie wir dann diesen Kreis durch einen Trick verlassen können, das sehen wir gleich im Anschluss. Aber zunächst wollen wir uns mit der Variante beschäftigen, dass wir eine endliche mehrfache Produktintegration ausführen. Und dabei ist es so, dass v' übrigens häufig auch nicht ganz so komplex werden soll beim Integrieren. Und das ist der Fall, wenn wir eine einfache Exponentialfunktion haben. Und wer möchte, kann sich für u, wir kommen gleich drauf, ein Polynom vollstellen. Denn dieses würde ja typischerweise beim Ableiten an Komplexität verlieren. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was wir eigentlich beim Partiellen integrieren, was wir da eigentlich veranstalten. Also wir haben ja hier das u, was wird mit diesem u passieren? Das Ergebnis ist ja der Regel nach eine Differenz von diesem Produkt hier, u mal v, und einem Integral. Und wenn wir jetzt hier in dieses Produkt reinschauen, dann sehen wir, dass das u erstmal erhalten bleibt. Aber hier im neuen Integranten wird es abgeleitet. Also hier wird nichts am u gemacht und hier wird es abgeleitet. Wie sieht es denn mit v' aus? V' wird zu v. Das heißt, es wird aufgeleitet. U wurde ja differenziert. Um v zu erhalten, müssen wir v' integrieren. Und das passiert sowohl hier vorne in dem Produkt, als auch in dem Produkt des Integranten. Und wenn wir das jetzt mehrfach ausführen und da eine Rechenstruktur erkennen wollen, ist es wichtig, dass wir uns das so vor Augen halten. Und wir wollen uns jetzt einmal eine Berechnung der endlichen mehrfachen Produktintegration anschauen. Und zwar für den theoretischen Fall, dass die dritte Ableitung von u 0 sein soll. Also wir wollen das in diesem Produktintegrativen Kreis so lange erledigen, bis hier die dritte Ableitung dasteht. Weil da können wir dann sicher sein, dass die 0 ist und da auf jeden Fall spätestens hier sich das Produkt hier auflöst. Also das ist unsere Idee. Und im Folgenden werden wir jetzt Notationen vornehmen, die etwas ungewöhnlich sind. Als erstes lassen wir einfach mal alles Unnötige weg. Das ist jetzt nur für uns. Also wir müssen nur wissen, was wir weglassen, damit wir es im Kopf eigentlich immer noch dastehen haben. Erstmal lassen wir die dx weg. Die stören uns erstmal, weil wir wollen eine Regel erkennen und da nervt uns jede zusätzliche Variable. Wir wissen aber, dass wir hier ein Integral haben, wo unsere Integrationskonstante immer x ist. Okay. Und jetzt sagen wir, wir haben uns ja die Produkte gerade angeschaut. Also das erste wäre ja u mal v. Und wir haben schon gesagt, das u wird so gelassen. Es wird also, wenn etwas mit dem u veranstaltet wird, wird es ja nur abgeleitet. Und in diesem Fall soll aber auch keine Ableitung passieren. Und wir wollen uns trotzdem einmal anschauen. Also u wollen wir jetzt immer unter der Prämisse betrachten. Wird dieses u differenziert? Und wenn ja, wie viel? Also wird es abgeleitet in wie viel mal im Prinzip? Und v' wollen wir uns unter der Prämisse betrachten, wird es aufgeleitet? Beziehungsweise wie viel mal wird das immer integriert? Und das wollen wir auch in unseren Berechnungen schriftlich vermerken. Und dann fangen wir mal an. Wenn wir jetzt u erhalten wollen, aus u, dann könnten wir das so bezeichnen. Wir wollen ja immer vermerken, ob wir es ableiten. Und in dem Fall leiten wir es nicht ab. Das heißt, wir bilden im Prinzip die nullte Ableitung. Das heißt, wir schreiben u. Und diese Notation kennen wir schon. Wir können ja diese Prime, also den Ableitungsstrich, weglassen. Und können sozusagen eine Zahl in Klammern schreiben. Und das bezeichnet dann immer die wievielte Ableitung, beziehungsweise wie viel mal wir hier differenzieren. Und wir sagen, das ist ja hier die nullte Ableitung. Und wenn wir jetzt unseren nächsten Faktor nehmen, dann müsste da ja v rauskommen. Und v erhalten wir, wenn wir v' einmal integrieren. Ja, dass wir das einmal sozusagen aufleiten. Und das notieren wir uns so, das ist eine etwas unübliche Schreibweise. Nicht verwechseln diese einzelnen Klammern soll jetzt auch kein Index sein, so wie wir es normalerweise kennen, wenn das hier tiefgestellt an einer Variable entsteht, sondern das soll ein Vermerk sein, wie viel mal wir das hier integrieren. Und jetzt haben wir es sozusagen einmal integriert. Und wir können auch sagen, das ist die nullte Ableitung, das hier ist die erste Aufleitung, wenn man das so möchte. Okay, und jetzt haben wir minus das Integral. Und da kommt ja u' ins Spiel, das heißt, es wäre dann dort u' v vorzufinden. Und wir schreiben jetzt wieder, wenn wir u' erhalten, ist das für uns die erste Ableitung. Und v ist wieder die erste Aufleitung von v'. Und im kommenden werden wir das auch nur noch so bezeichnen. Also wenn wir jetzt sagen, wir bilden hier u0 oder u1, dann ist klar, dass das für das, die Zahlen daran, die stehen also für den Vorgang des Differenzierens. Und wenn wir hier von v' 1 oder später auch noch 2 gleich reden, dann meinen wir immer den Vorgang des Integrierens. Und wir wollen uns jetzt schon mal anschauen, welchen Bezug wir zwischen den Zahlen haben. Also wir erhalten hier scheinbar immer als erstes so ein Produkt, wo wir eine 0 an unserem u haben und an unserem v' haben wir eine 1. Und dann könnte man hier schon sich schön anschauen, also das könnte eine Struktur werden, dass sozusagen hier immer eine Zahl steht, die um 1 größer ist als die, die bei u dran steht. Und im Integral, das ist ganz spannend, da sind beide Zahlen gleich. Und das können wir uns jetzt mal überlegen. Also wenn wir jetzt sagen, erste Ableitung, erst die dritte Ableitung soll 0 sein, das bedeutet ja, bei der ersten Ableitung ist ja noch eine Integrationsvariable enthalten. Entschuldigung, eine Integrationsvariable. Die Integrationskonstante ist ja das c, was wir da am Ende schön hinschreiben. Und diese Geschichte, die jetzt hier steht, die integrieren wir jetzt einfach nochmal mithilfe unserer Produktintegration. Das bedeutet, wir bilden jetzt von U1 für unser erstes Produkt, was wir erhalten wollen, dann bilden wir U1 und leiten das ja nicht weiter auf, das heißt U1 bleibt bestehen. Und v'1 wird weiter integriert, das würde also v'2 werden. Und im Integral wären dann beide wieder gleich. Also da wäre U2, weil es wird dann dort erst einmal abgeleitet, und v' wird hier ja auch nochmal aufgeleitet. Und dann erhalten wir das folgende. Das ist genau das, was die Produktregel der Integration aussagt. Und dann sehen wir hier, dann haben wir hier ja ein Minus, das heißt, wir mussten das ganze Konzept hier in Klammern setzen. Und um diese Klammer auszulösen, da wählen wir einfach die Minusklammerregel, das bedeutet, die Vorzeichen innerhalb der Klammer drehen wir einfach um. Und dann haben wir hier, also hier vorne sehen wir schon, diese beiden Sachen sind U0 V'1 minus U1 mal V'2. Könnte also so eine Struktur werden, die wir uns dann nochmal verdeutlichen. Und jetzt haben wir hier wieder ein Integral, und wir sagen, ja, wir wollen ja bis zur dritten Ableitung kommen, das heißt, wir integrieren hier nochmals dieses Produkt. Das bedeutet wieder, wir wenden diese Regel an, dann müsste hier U2 V'3 rauskommen, und in unserem Integral müsste dann U3 und V'3 stehen. So würde das dann aussehen. Und das wäre jetzt unser unbestimmtes Integral. Wir verdeutlichen uns hier hinten nochmal, dass wir bei dem letzten Integral, was wir bilden, da soll die dritte Ableitung 0 sein. Das heißt, wir bilden hier das Integral von irgendetwas, was 0 ist, und erhalten dann dementsprechend nur die Integrationskonstante c. In dem Fall wäre das hier minus c, aber das ist ja für unsere Stammfunktion, wir wollen ja alle Stammfunktionen erhalten, ob die Integrationskonstante positiv oder negativ ist, ist eigentlich egal. Man kann dann hier trotzdem plus c hinschreiben, das ist überhaupt kein Problem. Viel wichtiger ist für uns jetzt das Folgende. Wir betrachten uns dieses Gebilde einmal unter verschiedenen Aspekten. Der erste Aspekt ist, was machen eigentlich die Vorzeichen? Und unsere Vorzeichen, die wir haben, hier ist ein Plus, hier ist ein Minus, hier ist ein Plus, hier ist ein Minus. Das heißt, das Vorzeichen wechselt von Produkt zu Produkt. Es wechselt von Plus zu Minus, von Minus zu Plus, von Plus zu Minus. Und dieses Ding, wenn das passiert, also wenn das so ein wechselndes Vorzeichen ist, nennt man das Ganze auch alterierender Vorzeichenwechsel. Das heißt, schrittweise wechselt unser Vorzeichen von Plus zu Minus und so weiter. Das zweite ist, wir wollen uns einmal anschauen, was mit dem Differenzieren los ist. Also wenn wir hier von vorne wieder losgehen, können auch mal von ganz vorn, also von U betrachtet, dann erhalten wir hier die 0. Ableitung, also U selbst. Wenn wir weitergehen, erhalten wir die erste, wenn wir noch weitergehen, die zweite und hier hinten haben wir dann die dritte Ableitung. Und wenn wir das Integrieren anschauen, ist das im Prinzip genauso. Hier von V' gesehen erhalten wir im ersten Produkt die erste Aufleitung. Das heißt, es wird einmal integriert, dann wird ja nochmal integriert, die zweite Aufleitung, die dritte und hier hinten nochmal die dritte. Und aus diesen Betrachtungen können wir uns auch eine Tabelle bilden. Wir haben das Ganze jetzt hier eigentlich als Rechenschritt horizontal ausgeführt. Das wäre ja auch das, was man schriftlich dann veranstalten würde. Dann kann man sich schon vorstellen, wenn jetzt die Ableitung erst ab der fünften Ableitung 0 werden würde, hätte man ganz schön was zu tun. Und um das ein bisschen in eine Struktur zu bringen, können wir uns das jetzt unter unseren Betrachtungsaspekten auch einsortieren in einer vertikalen Ansicht. Das würde dann so aussehen. Also unsere Vorzeichen hätten wir plus, minus, plus, minus. Dann hätten wir eine Spalte, wo wir U differenzieren. Das heißt, hier schreiben wir alle Ableitungen unten drunter. Dann hätten wir eine Spalte, wo V' integriert wird. Und sprich, da schreiben wir alle Ableitungen drunter. Und jetzt können wir uns noch mal verbildlichen, was wir, wenn wir dann das unbestimmte Integral bilden, was wir da genau benutzt haben. Also als erstes geht es los mit dem Plus hier. Da bilden wir dann von U und V'1, da bilden wir das Produkt dieser beiden Funktionen. Und dann gehen wir in die nächste Zeile, minus U1 V'2. Und in der nächsten Zeile addieren wir dann wieder U2 und V'3. Und die letzte Zeile, dieses minus U3, das wird ja alles 0. Das brauchen wir uns gar nicht mehr darum zu kümmern. Und weil das so schön als Tabelle gezeichnet ist, nennt sich das Ganze auch Tabellenmethode. Es gibt auch die Bezeichnung DI-Methode. Also das kommt davon, dass wir hier differenzieren und integrieren. Die beiden Anfangsbuchstaben. Und es gibt auch noch die Bezeichnung Tansalin-Methode, die ist vor allem im ostasiatischen Raum gebräuchlich. Es gibt vor allem in Indonesien die Anwendung, dass mit dieser Methode die mehrfache Produktintegration ausgeführt wird. Und wir fangen sozusagen immer an mit unserem U. Also wir nehmen unser U. Und dann leiten wir das so lange ab, bis hier 0 rauskommt. Der nächste Schritt wäre, dass wir dann hier das V' aufleiten, beziehungsweise integrieren, bis zu dieser Zeile, wo unsere Ableitung von U 0 wird, weil die wir auch brauchen. Und am Ende schreiben wir uns einfach diese Vorzeichen alterierend hin. Und wir fangen immer mit einem Plus an. Die Tabellenmethode findet übrigens, die wird, wurde auch verwandt von Chemo, das ist der Lehrer im Film Stand and Deliver von 1988. Dort notiert er das mit den Worten Tic-Tac-Toe in Minute 5219. Und er nimmt dafür allerdings ein Polynom mit einer Sinus-Funktion. Das ist nicht der Fall, den wir häufig vorfinden. Wir finden häufig den Fall vor, dass wir ein Polynom bilden mit einer einfachen Exponentialfunktion. Also das U wird häufig ein Polynom sein. Es wird auch meistens nicht so wirklich schwierig sein. Das ist meistens irgendwas mit x hoch 3 oder x hoch 2. Kann aber auch ein bisschen ausgefallener sein, dass da irgendwie noch mehr Koeffizienten auftauchen. Und unsere Exponentialfunktion, das können wir uns auch überlegen, das ist eine einfache Exponentialfunktion. Deshalb, weil ja, wenn wir V' direkt integrieren, dann bräuchten wir ja theoretisch eine Kettenregel, weil wir eine Verknüpfung haben von einer Exponentialfunktion, also einer Basis mit einem Polynom im Exponenten. Und es gibt aber keine allgemeine Kettenregel. Das heißt, wir behelfen uns dort über die Substitution und können nur Verknüpfungen integrieren, wo die Polynome ersten Grades sind. Und häufig wird es dann sogar noch viel einfacher, indem man sagt, wir haben eine Exponentialfunktion mit einer einfachen Verknüpfung und unsere Basis ist zusätzlich noch die Euler'sche Zahl e. Und für diesen Fall, also für den Fall, dass wir da eine einfache Verknüpfung vorfinden, da können wir auch eine Formel bilden. Also wenn wir sozusagen uns über unsere Tabellenmethode mehrfach geholfen haben, dann werden wir irgendwann feststellen, dass das immer das Endergebnis einer ganz bestimmten Struktur folgt. Und das möchte ich auch noch mal vorstellen. Also das ist die schnellste Art, wie man das berechnen kann, indem man sagt, wir haben also ein Polynom z, enden Grades, und unsere einfache Exponentialfunktion ist die Funktion e hoch a mal x. Da haben wir ja ein Polynom ersten Grades, sogar ohne Absolutglied, alles schicki. Wir haben also unser u und v Strich, könnten jetzt einfach mehrfach unsere Produktintegration ausführen, oder eben die folgende Formel benutzen. Nicht erschrecken, die sieht ein bisschen kompliziert aus. Wir gucken uns jetzt alles in Ruhe an. Hier vorne haben wir einen einen Bruch. Da steht im Nenner, taucht da ein a auf. Das ist der Leitkoeffizient unseres Exponentialpolynoms. Das N soll der Grad unseres Polynoms z sein. Plus 1, das kommt ja auch häufig vor im Integrieren, dass man das erhöht. Dann haben wir hier noch mal unsere einfache Exponentialfunktion in der Form e hoch a mal x, so wie sie hier schon dasteht. Und dann kommt eine Summe aus einem Produkt. Und an der Summe, die Summe, die wird erst mal symbolisiert mit einem großen Sigma. Das ist das große S im griechischen Alphabet für Summe. Und an dieser Summe steht unten unsere Laufvariable i dran. i wird inkrementell, also schrittweise um 1 erhöht. Dabei ist der Startwert hier 0. Und der Endwert, den gibt unser Grad des Polynoms an. Also das ist wieder n, ist der Grad von unserem Polynom z entnommen. Und wir führen also hier, unsere Produkte, die wir hier bilden, die werden dann sozusagen mehrfach addiert. Und jedes Mal bekommt i eine Einheit mehr. Das heißt, i und n müssen natürliche Zahlen sein. Und dann schauen wir mal in dieses Produkt rein. Da finden wir wieder a, das ist also der Leitkoeffizient aus unserem Exponentialpolynom. Dann haben wir hier n, das ist der Grad unseres Polynoms z. Und i ist unsere Laufvariable. Also hier bilden wir eine Differenz aus n und i. Und wir multiplizieren das Ganze mit. Und jetzt haben wir hier wieder eine Darstellung, die wir schon kennen. Das soll wieder die Ableitung sein. Und zwar die Ableitung von z. Und ganz genau die i der Ableitung von z. Und hier hinten, das große c, ist unsere Integrationskonstante. Und damit wir es vielleicht dann einmal noch mal in Ruhe sehen können, was genau da passiert und wie die Zusammenhänge sind, beziehungsweise wie man diese Formel anwenden kann, wird es auch noch ein eigenes Video dazu geben. Wir schauen uns jetzt noch mal den zweiten Grundfall an der mehrfachen Produktintegration. Das ist nämlich, wenn wir uns unendlich in diesem produktintegrativen Kreis bewegen. Und das tritt eben auf, wenn u etwas ist, was beim Ableiten nicht an Komplexität verliert, sondern an Komplexität erhalten bleibt. Und da ist es so, dass wir irgendwann feststellen, dass u'v ein Vielfaches ist von unserem Ausgangsintegranten u'v'. Also irgendwann, wenn wir das hier mehrfach ausführen, stellen wir fest, dass auf der rechten Seite in dem Integral fast ungefähr das Gleiche dasteht wie auf der linken Seite. Und das ist ein ganz wesentlicher Schritt, denn jetzt, wenn wir das weiterdenken und wir haben hier etwas, was genauso oder ähnlich aussieht wie hier, dann wissen wir schon, dass wenn wir das weiter integrieren, kommen wir immer wieder an dieser Stelle raus. Also wir drehen uns hier wirklich im Kreis und zwar unendlich lange. Das führt also hier nicht dazu, dass sich dieses Produkt irgendwann wirklich auflöst. Und deshalb müssen wir uns aktiv selber helfen. Und da schauen wir uns an, dass das ja hier eine Gleichung ist und hier steht ein Minus davor. Das heißt, wir können über eine Äquivalenzumformung, in diesem Fall, wenn hier ungefähr das Gleiche dasteht oder manchmal wird es sogar genau das Gleiche dastehen, dann können wir dieses Vielfache einfach auf die linke Seite packen und erhalten dann hier einen Faktor und wenn wir dann durch diesen Faktor teilen, fällt sozusagen, dann steht dieses Integral wieder alleine da und auf der rechten Seite steht nichts mehr mit einem Integral und das ist sozusagen der Ausbruch, der dann aus dem Produktintegrativenkreis passiert. Das ist das Wichtige. Und da ist ganz wichtig, dass wir dort auch, dass man das sozusagen, man darf die Tabellenmethode dort auch anwenden, allerdings muss man da auch wissen, okay, ich leite sozusagen, wenn wir U auswählen und das dann untereinander notieren, dann leiten wir dann so lange ab, bis wir sozusagen ein Gleiches, bis die Ableitung sozusagen wieder unserer Ausgangsfunktion entspricht. und stoppen dann, weil wenn wir dort weitermachen, dann schreiben wir uns ja auch nur tot. Und wenn man, das kann man natürlich ein paar Mal machen, es gibt aber auch hier noch die einfachere Methode, dass wir sagen, für diesen Fall gibt es vielleicht auch wieder eine Integrationsformel. Und ein ganz prominenter Fall, wo das auftritt, also wo wir sagen, wir würden uns hier unendlich in diesen Kreis drehen, ist, wenn unser U eine Winkelfunktion ist und unser V' eine Exponentialfunktion, und zwar wieder einfache Funktionen. Also auch die Winkelfunktionen, da soll nichts Wildes drinstehen, da soll also ein Polynom vorkommen, was auch nur ersten Grades ist, und auch bei der Exponentialfunktion soll ein Polynom vorkommen, was maximal ersten Grades ist. Häufig wird es sogar eine einfache Exponentialfunktion mit der Basis e sein. Und das sieht zum Beispiel so aus, also hier haben wir eine Sinusfunktion und dieses definiert mit dem Sinus von Ax plus b und eine einfache e-Funktion. Und dann sagen wir wieder, dass der erste Teil ist u und der andere ist v' und wir können das Ganze nun, das unbestimmte Integral auch mit der folgenden Formel ausrechnen. Auch da wieder, die sieht relativ lang aus, aber die ist ziemlich simpel in der Anwendung. Also wenn wir uns kurz anschauen, hier hinten Integrationskonstante c, wir wollen jetzt unbestimmte Integral ausrechnen, stehen keine Grenzen dran. Und hier vorn in unserem Bruch steht im Nenner das a, das entnehmen wir dem Leitkoeffizienten unseres Polynoms der Sinusfunktion. c ist der Leitkoeffizient des Polynoms unserer Exponentialfunktion. Hier diese Geschichte e hoch cx ist genau unsere Exponentialfunktion nochmal. Dann multiplizieren wir das Ganze mit große Klammer wieder Leitkoeffizient aus unserem Exponentialpolynom. Sinus a x plus b das ist unsere Sinusfunktion dann haben wir hier Minus mal a das wäre der Leitkoeffizient aus unserer Sinusfunktion mal der Cosinus das könnte dann irgendwas auch mit der Ableitung zu tun haben mal a x plus b und alle Variablen stehen hier vorne also das muss man nur einsetzen schreibt es hin ich glaube die Anwendung ist klar das Ganze gibt es auch nochmal für den Fall dass wir eine Cosinusfunktion vorbefinden dann sieht das Ganze so aus das unterscheidet sich also nur unwesentlich indem wir hier unsere beiden Leitkoeffizienten einmal vertauschen und ein plus einführen also zusammenfassend lässt sich sagen unsere mehrfache Produktintegration können wir unterteilen in die endliche mehrfache Produktintegration und in die unendliche in beiden Fällen wird es häufig so sein dass uns in der Anwendung bei V' eine einfache Exponentialfunktion begegnet da wir keine allgemeine Kettenregel des Integrierens haben das ist der Grund und diese einfache Exponentialfunktion wird häufig mit der Basis E versehen sein weil wir hier mit V also wenn wir das integrieren und wiederholt integrieren dann wird das V nicht besonders komplex werden das werden wir dann noch bei den speziellen Integralen sehen also wir können schon mal ein bisschen vorgreifen dass sowas wie E hoch X wenn die Ableitung davon E hoch X ist dann ist das aufgeleitete also die Stammfunktion auch E hoch X das heißt es bleibt also ziemlich schön erhalten und dann haben wir bei der endlichen oft für U ein Polynom und das dann würde sich sozusagen U' immer weniger komplex gestalten und irgendwann der Produktintegrative Kreis von selbst sich auflösen und wenn U etwas ist was komplex bleibt da ist das Hauptbeispiel eine Sinus- oder eine Cosinus-Funktion dann würden wir uns hier unendlich drin bewegen und müssen aktiv ausbrechen über unsere Äquivalenzumformung so das war jetzt doch wieder ein längeres Video aber ich hoffe die Zusammenhänge sind wirklich mal so mit einem richtigen Überblick schön dargestellt und dann wollen wir uns im nächsten Video eine Formel anschauen für die endliche mehrfache Produktintegration und dort für den prominentesten Fall nämlich dass ein Polynom mit einer einfachen Exponentialfunktion verknüpft wird viel Spaß dabei